Hallo, mein Name ist Matthias Jesusek und ich zeige dir jetzt, wie du die Ergebnisse von deinem T-Test interpretieren kannst. Hierbei nimmt dir Datatab nämlich sehr viel Arbeit ab. Besuche einfach datatab.de, klicke auf den Statistikrechner und kopiere deine eigenen Daten in diese Tabelle. Vergiss nicht, vorher auf Tabelle leeren zu klicken. Ich verwende einfach die Beispieldaten. Sagen wir, du möchtest herausfinden, ob das Geschlecht einen Einfluss auf das Gehalt hat. Hierfür wählst du einfach die Variable Geschlecht und Einkommen aus. Datatab berechnet dir nun automatisch einen T-Test für unabhängige Stichproben und gibt dir auch gleichzeitig die Null- und die Alternativhypothese aus. Wenn du einen gerichteten T-Test berechnen möchtest, klickst du einfach auf einseitigen T-Test. Nun kannst du die Ergebnisse entweder aus den Tabellen hier unten ablesen oder du klickst einfach auf Zusammenfassung in Worten. Die männliche Gruppe hat niedrigere Werte für die Variable Einkommen als die weibliche Gruppe. Der Lewin-Test der Varianzgleichheit hat ergeben, dass Varianzgleichheit angenommen werden kann. Ein zweiseitiger T-Test für unabhängige Stichproben zeigte, dass dieser Unterschied statistisch nicht signifikant war, mit einem p-Wert von 0,082. Und so einfach kommst du zu der Interpretation für deinen T-Test. Die automatische Interpretation gibt es natürlich auch für viele weitere Tests. Ich würde sagen, geh einfach mal auf datatab.de und probier es selber aus. Es ist wirklich sehr einfach. So, ciao und bis zum nächsten Mal.